Was sagt sie? Ja, das liegt an der, weil die fette Schnecke im 7. Rad. Sie kriegt sie einmal zum Bären. Ah, eh? Achso. Ja, das ist so. Ja, das war ich schon. Ja. Ups. Noch hinten probieren. Jetzt ist es eine Spur. Ohne Beiwagenantrieb siehst du da alt aus, oder? Der Franz schiebt vorne schnell dahin mit der BMW. Ja, der Franz schiebt den. Ja. Mit dem Kerl. Mit dem Kerl. Ja, das geht bei mir. Ja, wir tun ihn auseinander. Mit dem Schneeflug. Das ist jetzt zu weit runter.